Handy quer wäre besser, ja? Nein, da kriege ich euch nicht ganz drauf. Handy quer kriegst du uns nicht ganz drauf. Was sagt das denn? Sollt ihr euch nicht von der Seite aufnehmen, ist das besser? Seht noch mehr? Wir machen das gleich normal. So, so könnt ihr es. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne. Und das Licht, bitte. Also, ja, okay. Licht, Kapp, Ton, Action und Go. Wir filmen schon seit drei Minuten. Könnt ihr alles aufhören? Schönen guten Abend. Wir zeigen uns kurz die Tap-Step-Boogie-Kombi vom Boogie-Workshop Weihnachten in Schwiberdeck. 2015. Entschuldigung, 2015. Ja? Also, wir stehen in Promenadenposition. Und tanzen. Von hier aus ein Tap-Schritt, Tap-Schritt, Tap-Schritt. Jetzt geht es zwei nach hinten mit. Von hier aus könnten wir in den Grundschritt, wir gehen aber weiter und tanzen. Tap-Drauf, Tap-Drauf, Tap-Drauf. Und jetzt kommt Teil drei mit Tap. Wechsel, Tap. Wechsel, Tap. Drauf. Und jetzt kann man mit Rückplatz in den Grundschritt oder man tanzt am Ende nochmal Tap-Wechsel. Und dann kommt ran, weg, drüber, ran, weg, drüber, nochmal, ran, weg, drüber und ran, weg, drüber. Und kann von hier aus in den Grundschritt. Wir zeigen es nochmal etwas schneller und flüssiger. Gezählt. Von vorne haben wir Tap, Schritt, Tap, Schritt, Tap, Schritt, 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 Tap. Drauf, jetzt einmal vor, zweimal vor, dreimal und Tap. Wechsel, Tap. Wechsel, Tap. Wechsel, Tap. Wechsel, eins, zwei, fünf. Angucken kann man sich dabei auch. Ja, kann man. Ja. Chicky, chicky, chum. Und slow, slow, quick, quick. Das war die Tap-Schritt.